Der Höfliche und der Baustein präsentiert von der Raiffeisenbank Hohenlohrland. Juh und ich haben uns mal wieder was Schönes einfallen lassen. Und zwar haben wir gedacht, wir lassen ein neues Format mit einfließen in unserem Podcast. Und zwar soll es darum gehen, dass wir das Alphabet einmal durchgehen. Also von A bis Z, falls der wohl jetzt nicht weiß, was das Alphabet ist. Und zu jedem Buchstabe einen passenden Begriff zum Thema rund um die Baustelle nehmen. Und das dann als Thema verpacken und darüber dann so ein bisschen reden. Juh, mit welchem Buchstabe fangen wir heute eigentlich an? Eins. Eins, falsch. Mit A. A wie? Altbau. Altbau. Fast gleichzeitig. Und nun, wir haben es nicht mal abgesprochen. Richtig. Juh, was ist denn eigentlich ein Altbau? Ja, es gibt ja verschiedene Definitionen zum Thema Altbau oder zum Begriff Altbau. Jetzt gab es früher mal die Definition, ein Altbau ist alles, was vor dem Jahr 1949 gebaut wurde. Ja, mittlerweile sagt man, alles, was vor 1970 ist, wird als Altbau betitelt. Ach, das wird dann immer jünger. Natürlich. Irgendwann mal im Jahr 3000 ist alles, was im Jahr 2000 gebaut wurde in Altbau. Aber wir sind noch kein Altbau, zum Glück. Nee, wir noch nicht, nee. Aber dann fallen die hohen Decken weg, weil heutzutage wird das schon gar nicht mehr mit hohen Decken gebaut. Ja, je nach Baustil gibt es ja schon noch Häuser. Aber nimmer so. Aber so hoch natürlich nimmer. Ich meine, früher hattest du ja Häuser, die hatten ja, keine Ahnung, 280, 3 Meter. 3 Meter Decken oder so. Oder 3,50, keine Ahnung. Den ganzen Stück. Aber, Stück für Stück, wir gehen das Thema langsam durch. Aber ich merke schon, da fallen viele Sachen ein. Ja, Thema Altbau. Wir haben jetzt mal erklärt, was überhaupt ein Altbau ist, wie wir das definieren. Wie machen wir weiter? Ich glaube, wir können ein bisschen erzählen zum Thema Altbau, was es für Vor- und Nachteile gibt, oder? Auf jeden Fall. Auch aus eigenen Erfahrungen. Diesmal nicht nur ich. Diesmal auch ich tatsächlich, ja. Aus eigenen Erfahrungen, sondern auch du. So, fangen wir doch mal mit etwas Positivem an, oder? Der erste Vorteil, Stil und Charme, du hast es schon angesprochen, Stuck und hohe Decken. Das ist, glaube ich, schon was, was man so, oder was sich die meisten unter Altbau erst mal vorstellen. Stuck hohe Decken, vielleicht einen knarzenden Boden, schöner Holzboden, schönen alten Dielenboden. Ja. Der Stil ist auch schon so einmalig, ne? Also, ich verbinde auch Altbau auch immer mit hellen Räumen. Kann die Lage vielleicht auch sein? Oder sind die Fenster größer? Es gibt auch Altbauten mit, mit, ähm... Aber meine Fenster sind auch länger. Ja, aber es gibt auch mit kleineren Fenstern. Es gibt ja auch Altbau, also ganz, ganz alte Häuser. Wenn ich bei mir in den Bekannten- oder Verwandtenkreis denke, ähm, da ist ein Haus um 1800 gebaut. Da waren ja die Decken zum Beispiel extrem niedrig, die alten Bauernhäuser. Und auch die Fenster waren da relativ klein. Ähm, aber jetzt bei dir zum Beispiel eher hohe Decken und große Fenster, also... Gibt's schon, ja. Wenn wir jetzt mal von den Räumlichkeiten weggehen, da fällt mir zum Beispiel auch wieder ein, dass, also, jetzt wie zum Beispiel bei mir, zentrale Lage, ja. Ich bin mitten in der Stadt, das ist ja auch oft Altbau. Ja. Ähm, in der Stadt. Und, äh, ich wohne ja im Stuttgarter Westen. Da habe ich jetzt zum Beispiel erst gehört, dass es, ich glaube, in Europa sogar die dicht besiedelste, ähm, Ortschaft ist. Okay. Also, wo Menschen unheimlich eng aneinander wohnen. Da gibt's so viel auch Altbau, eng aneinander. Und es wird jetzt angeblich nur, ich weiß nicht, Deutschland oder Europa, müssten wir nochmal gucken. Aber, habe ich letztes Mal tatsächlich gehört. Aber die zentrale Lage ist natürlich unheimlich geil, ja. Ja, ja, zentrale Lage ist ja irgendwie auch meistens logisch, weil entweder, ja, die Städte sind ja meistens schon relativ alt und dann gibt's natürlich fast nur Altbauten oder es wird was abgerissen. Dann gibt's natürlich auch neue, neue Häuser. Was ich auch kenne, ähm, im Sommer ist es schön kühl bei mir in der Wohnung, aber im Winter arschkalt. Und das hat auch, ähm, was mit den massiven Wänden einfach zu tun. Ähm, das ist schon, also im Sommer ist die Wohnung herrlich. Da hast du eine schöne kühle Luft da drin, wo andere dann in ihrer Wohnung verrecken, verhitzen. Aber du hast natürlich dann wiederum das Problem im Winter, ja, wenn die Wohnung einfach dann arschkalt ist und du musst dann halt heizen wie so ein Kranker. Das wäre dann eigentlich schon eine gute Überleitung zu den Nachteilen mit den hohen Decken oder den schlechten Isolationswerten von den Wänden und Fenstern und Böden und Decken. Ja, da gibt's ja eigentlich bei dir nix. Also, und dann, ähm, hast du natürlich dadurch die hohen Heizkosten und auch, ja, oder du hast, ähm, relativ schnell eine kalte Wohnung. Ja. Das ist natürlich klar ein Nachteil. Ähm, frieren tut glaub niemand gern. Aber, ähm, muss man halt, müssen wir halt aufwägen, was, was einem wichtiger ist. Was hat man denn noch? Wenn man, wenn man renoviert und saniert, hat man meistens höhere Kosten. Mhm. Eben aufgrund, ähm, dass man zum Beispiel auch, wenn man vielleicht einen Denkmalschutz beachten muss, ja, bei alten Gebäuden ist ja oft auch ein Denkmalschutz, der da mitspricht. Und dann kannst du natürlich nicht renovieren und sanieren, wie du willst. Da hast du dann gewisse Auflagen, wo du beachten musst und wo du dich dran halten musst. Was wir noch bei dir oder im Altbau haben, sind ja so alte Elektroleitungen, ja. Oft auch dann aufputzt teilweise noch verlegt. Mhm. Weil es eben dann nachträglich gemacht wurde. Ja, ich hab jetzt, ähm, was noch so mir gerade einfällt, was Keller angeht, da hast du ja vielleicht schon auch eher, ähm, eine hohe Feuchtigkeit. Ich hab jetzt keinen Keller, ähm, aber von meinen Nachbarn, die haben einen Kellerraum, das ist schon, da geht's halt immer ziemlich weit runter, ne. Also Keller im Altbau, da geht's auf jeden Fall nochmal Treppen nach unten. Und da unten ist halt eine, eine hohe Feuchtigkeit. Und das ist schon auch, musst halt schon gucken, was, was, ähm, tust du ja dann halt in den Keller legen. So, das sind so die, die Vor- und Nachteile. Fällt dir da noch irgendwas ein? Ich glaube, wir haben schon mal so die, die größten Vor- und Nachteile, die mir jetzt einfallen, ähm, zum Thema. Ich glaube, man hat schon höhere, ähm, Unterhaltskosten bei einem Altbau auf jeden Fall. Dadurch, dass auch halt öfters mal was, was kaputt gehen kann, wegen den alten Leitungen, durch die höheren Heizkosten und so weiter. Ähm, im Vergleich zu einem Neubau, aber halt, klar, Sachen, die, die ein Neubau nicht bieten kann, hast du halt natürlich auch in einem Altbau mitentdecken. Wenn ich mir aber jetzt einen Altbau kaufen will, ähm, da gibt's bestimmt schon auch so Themen, wo man sagt, wenn ihr auf die, ja, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Punkte achtet, ähm, dann seid ihr schon mal gut bedient. Ähm, fällt dir da irgendwas dazu ein? Ja, wenn man sich jetzt ein Haus anschaut, dann muss man natürlich immer erst mal schauen, wie sieht denn das Haus von außen aus. Also, ähm, bröckelt da schon irgendwo der Putz ab oder sieht man schon von außen, dass das Haus feucht ist? Wie sieht das Dach aus? Ähm, fehlen Ziegel oder haben die Ziegellöcher oder, ähm, ja, wenn man vielleicht alte Dachfenster noch drin hat, regnet es zu den Dachfenstern schon rein? So, Dachfenster sind meistens ein Schwachpunkt an den alten Dächern, hatte ich bei mir hier zum Beispiel auch. Dann muss halt bei der Besichtigung warten, bis es regnet. Ja, du siehst ja aber oft dann an den, an den Wänden innen, ob da eben Wasserflecken sind, ähm, die halt vom letzten Regen, Regen kamen. Ähm, genau, was man vielleicht noch gucken muss, wie, wie sieht es denn, wenn halt Wasser reingekommen ist, gibt es irgendwo Schimmel oder Stock? Also, das ist natürlich immer schlecht. Dann muss man schauen, ob man den eben beseitigen kann, aber, oder ob schon... Das ist Stock? Ja, so Stockflecken, das ist so ähnlich wie, wie Schimmel. Okay. Kann schon mal in Google gucken, dann haben wir noch ein bisschen mehr Bildung. Stock. Stockbrot. Genau. Besser nicht. Ähm, ja, dann alte Treppen, das ist ja auch immer ein ganz schönes Thema, haben wir jetzt vielleicht vorhin bei den Vorteilen nicht angesprochen, aber so alte Holztreppen, die oft in einem Altbau, ähm, ja, sind, muss man halt auch schauen, ist die Treppe überhaupt noch stabil, oder ist die schon vom Holzwurm zerfressen, oder ist die irgendwie schon weggefault durch Feuchtigkeit? Genau. Dann, wenn man in den Keller schaut, ähm, hast du ja auch gerade schon gesagt, ist der Keller arg feucht, oder ist es noch vertretbar, wenn das Haus, ähm, eine Heizung verbaut hat, eine ältere, wie alt ist die Heizung, ist es noch eine Ölheizung, oder sind es, ähm, Einzel-Elektro-Nachtspeicheröfen zum Beispiel, dann muss man natürlich auch schauen, dass du da natürlich eine neue Heizung einbaust, oder, ähm, ja, weil so alte Heizungen haben wir meistens auch keine lange Lebensdauer mehr, und bei den aktuellen Förderungen, die es ja auf, ähm, neue Heizungsanlagen gerade gibt, ist das, glaube ich, auch relativ interessant. Ich weiß jetzt, was Stock ist. Und? Das ist eklig. Okay. Also nichts mit Stockbrot. Nein. Sehr gut. Ja, also genau anschauen, man kann natürlich auch nicht immer in die Wände reinschauen beim Altbau, ähm, was, wie da jetzt da die Substanz ist, aber wenn man da sich vielleicht einen fachkundigen Berater dazu zieht, das ist, glaube ich, nicht, nicht ganz verkehrt. Vielleicht kann man auch mal irgendwo eine Wand ein bisschen aufkratzen oder ein bisschen aufschlagen und sieht auch, was da dann drunter steckt. Und wenn man halt dann auch, ähm, ähm, Wände entfernen will im Altbau, muss man halt auch die Statik natürlich mit beachten. Also entweder es gibt noch alte Pläne oder man muss dann halt auch einen Statiker dazu ziehen, dass der sich das alles mal anschaut. Genau. Und dann kann der nämlich halt auch sagen, ja, ähm, wenn es halt schon Baumängel gibt, ähm, ist das Dach überhaupt noch so stabil, dass es noch trägt? Oder muss man das schon komplett, ähm, sag ich mal, neu aufbauen? Mhm. Genauso mit den normalen Decken, wenn das jetzt keine Betondecken sind, sondern eben schon so alt sind, dass das nur irgendwelche Dielen sind mit, ja, was war da immer dazwischen? Lehm, Stroh? Mhm. Ja, die hatten gar keine richtige Dämmung, ne, damals. Ja. Schon krass. Und, ja, weiter geht's dann mit den Wasserleitungen, den Stromleitungen. So alte Wasserleitungen sind jetzt auch nicht so lecker. Mhm. Muss man dann halt auch mal austauschen. Also auf jeden Fall kostenverbunden. Ja. Das ist vielleicht auch nochmal ein Nachteil. Bist du ein Fan vom Altbau? Nach Definition lebe ich ja auch in dem Altbau. Ja. Ja. Aber, ja, es ist, ich weiß nicht, also, es ist schön, aber ich finde halt immer noch, ähm, es muss erstmal nützlich und praktisch sein, wo man wohnt. Und es muss einem so ein, ja, du musst dich einfach wohlfühlen. Und ich finde, wenn du in einem, ja, es soll trocken sein, es soll warm sein. Ja. Und es soll alles funktionieren. Ja, also ich muss, ich muss sagen, also, ähm, wenn ich jetzt nächstes Jahr die Möglichkeit habe, wenn meine Freundin natürlich fertig ist mit dem Studium und so weiter und wir dann ausziehen können, ähm, dann bin ich da aus dem Altbau draußen, ja. Es gibt auch sicherlich anderen Altbau, aber ich habe einfach keinen Bock mehr im Winter, wenn ich durch den Flur laufe. Also wenn ich heize, ist die Wohnung warm. Das Wohnzimmer ist auch, das ist schön. Das ist, das hat seinen Flair. Das ist auch schon eine geile Wohnung. Aber ich habe einfach keinen Bock mehr zu frieren. Also ich habe da keinen Bock mehr drauf. Und, ähm, ich persönlich sage ja, ähm, Altbau, es kommt halt immer drauf an, ne? Also es kommt immer drauf an, ist eh so ein Satz, passt zu allem. Ähm, aber meine nächste Wohnung wird definitiv, oder mein nächstes Haus wird definitiv kein klassischer Altbau mehr sein. Also würde ich sogar eher sagen nein. Okay. Das ist doch ein gutes Statement. Ich glaube, wir hätten auch schon so mal einen groben Überriss, Überabriss, so heißt es, Altbauabriss gegeben. Auf jeden Fall. Nächster Buchstabe ist dann B. Ähm, wird nicht regelmäßig rauskommen. Wir werden immer versuchen, das immer mal so wieder dazwischen zu schmeißen. Wir haben ja auch jetzt auch wieder in der Pipeline einige Gäste, ähm, die auch wieder mit uns über interessante Themen sprechen. Aber der Julian hat vorhin noch zu mir gesagt, ich soll sagen, dass wenn euch ein Thema einfällt, wir haben es zwar schon durchstrukturiert, aber wenn euch ein Thema einfällt, so eine Buchstabe, dann tauschen wir das auch gerne für euch aus und, äh, besprechen auch das Thema. Deshalb meldet euch gerne über Instagram bei uns oder über Facebook oder auf unsere E-Mail-Adresse, äh, derhöfliche mit oe-derbaustein-at-web.de. Da könnt ihr uns schreiben und auf Instagram findet ihr uns auch, also mit derhöfliche, äh, oder der.höfliche Punkt und Punkt der Punkt Baustein. Ähm, und da seht ihr dann unsere zwei Fressen und schreibt uns an. Wir freuen uns. Willst du noch was sagen? Punkt, Punkt, Punkt. Ciao. Danke fürs Zuhören und bis bald.